Ein Hallo aus der Innenstadt Lohne. Ganz schön ruhig hier, doch das wird sich bald ändern. Vom achten bis zum zehnten Juli findet in Lohne das Schützenfest statt. Dann wird auf den Straßen in der Innenstadt nicht nur das Geklacker von Absätzen und Holzgewehren zu hören sein, sondern auch Pferde getrappelt. Ich habe mich mit den Lohner Meldereitern getroffen und sie haben mir erzählt, wie sie die Tiere das ganze Jahr über auf den Trubel beim Fest vorbereiten. Pst, hört ihr sie schon? Meldereit an. Lange! Ich kann den Unterschied zwischen Langsame und Lohn...... Herr Kriese, der meckle dein Gesicht, pass auf! Ja!